Hallo Skateboarder und hallo in die Welt. Jetzt geht's los mit einem neuen Vlog aus USA. Wir starten mit einem Privatkurs für einen italienischen Jungen, mit dem ich Englisch spreche. Los geht's! Ihr gettet! Ja! Ihr gettet! Woohoo! Wofür! Wofür! All right, das war's! Ah! Das war's. Das war's. Ich bin in der Mitte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh yeah. 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 Wir haben ja jeden Tag diese Miesmuscheln gesammelt. Am Ende der Reise so eine Woche gab es jeden Abend Miesmuscheln. Und da gab es ja die Kanja Sessa, die ohne Beine geboren ist. Die wollte dann auch mal die Muscheln pflücken, aber die waren auf der anderen Seite. Also man musste so über die Felsen klettern, um zu den Muscheln zu gelangen. Und ja, ich habe sie einfach dann Huckepack genommen und wir sind wie so eine menschliche Spinne mit sechs Beinen über die Felsen geklettert. Das war auf jeden Fall crazy. Schaut es euch an. Wooo. Hahaha. Tom's a trooper. Ja. So dangerous. Ja. Thank you. You did it! Zeig mir mal die Muscheln. Da ist sie, da ist sie. Der dritte Tag, Muscheln essen.